Wir sprechen in der Halbzeit jetzt über Steffen Baumgart und dem HSV. Wundert euch bitte nicht, falls ihr es gerade im Nachgang guckt, hier unten über Engthofen Dortmund. Ja, sag mal was, steigen die jetzt auf, der HSV? Wie weit lesen Sie auf dem Fenster? Also erstmal würde ich sagen, es war ja fast schon zu erwarten, dass das passiert. Also das war ja schon so das größte Gerücht und man wusste ja auch, dass Steffen Baumgart als Rostocker da irgendwie auch eine sehr starke Beziehung zum HSV hat und auch wie Fan ist von den Hamburgern. Er ist Fan. Oder ist Fan, ich habe mir jetzt auch die Pressekonferenz von ihm angeschaut, da wollte er jetzt nicht immer so direkt drauf eingehen. Er hat einen Spruch gesagt, Bruder, der war so eindeutig, der hat gesagt, du wechselst deine Frau häufiger als deinen Verein. Also das war, wenn du dein Herz an einen Verein verschenkst, dann machst du es nur einmal. Das war auf jeden Fall sehr eindeutig. Aber er hat auch gesagt, er schläft nicht in HSV-Bettwäsche, aber er trägt dafür genug HSV-Klamotten, das ist kein Problem. Die Unterbuchse. Genau, aber um da nochmal zum Thema zu kommen, es war nicht sehr abwegig. Ich glaube, hätte der HSV jetzt beispielsweise 3-0 völlig dominant gegen Rostock gewonnen, hätte sich vielleicht Jonas Bolt auch überlegt, mit ihm weiterzumachen. Das Ding ist halt, was ich immer so oft sage bei Trainerentscheidungen, das habe ich auch in meinem Video schon gesagt, es ist halt häufig auch eine politische Entscheidung. Man weiß, dass sich Bolt gegen den Aufsichtsrat durchgesetzt hat, dass Walter vor dem Winter überhaupt noch bleiben durfte. Hat diese Entscheidung jetzt revidiert, vier Spiele später. Das heißt, viele sagen, das ist seine letzte Trainerpatrone. Und dann ist halt so die Frage, willst du als letzte Patrone den Co-Trainer nehmen, der vorher bei Walter war, der noch nicht die Erfahrung als Cheftrainer hat? Oder nimmst du dann jemanden, wo du sagen kannst, okay, vielleicht schaffen wir es mit dem doch. Und dann ist ja auch erstmal wieder Ruhe. Wenn sie jetzt aufsteigen sollten und irgendwann fliegt dann Baumgart, dann ist ja erstmal Ruhe. Also ich denke, es liegt auch da dran, Jonas Bolt hat selber in der Pressekonferenz gesagt, es geht nicht um die inhaltlichen Themen, da vertrauen sie. Merlin Polzin, der bleibt auch im Trainerteam, auch wenn Baumgart Wagner mitbringt als Co-Trainer. Aber manchmal geht es auch um Erfahrung, um in den Spielern das Letzte rauszukitzeln. Und zurück zur Frage, was du mich gefragt hast. Ich glaube, dafür ist Baumgart genau der Richtige, um eine Mannschaft wie in so einem Turniermodus anzuzünden, aus denen das Beste rauszuholen. Er hat es häufig wiederholt in der PK, meinte immer wieder, ihm ist Intensität wichtig, ihm ist hohes Anlaufen wichtig und ihm ist wichtig, Torchancen rauszuspielen. Und ich glaube, das wird er mit dem HSV schaffen. Ich glaube, die werden weiterhin ihre Fehler hinten machen, weil das halt individuelle Fehler sind. Das ist auch schwer abtrainierbar, erst recht ohne Vorbereitung. Und ich glaube tatsächlich, dass der HSV jetzt nochmal in eine richtige Powerphase reinkommen wird. Das glaube ich auch. Also man muss ja auch sagen, erstmal wie auch Toni Kroos sagt, als Werder-Fan, bekanntermaßen, hat ja auch gesagt, dass er wegen Baumgart eben jetzt vielleicht mal das ein oder andere HSV-Spiel schauen wird. Also Baumgart ist ja einfach ein Sympathieträger, nicht bei jedem. Manche mögen ihn ja auch nicht, weil er so ein bisschen dieses Selbstdarstellersyndrom hat, also bei einigen Fans. Ja, dennoch sage ich auch, genauso wie du, ich glaube, er ist der perfekte Trainer, um die Jetzt-Situation wirklich anzutreiben und damit eben wirklich Vollgas zu geben, um diesen Trainer-Effekt im positiven Sinne auch zu ziehen, zu diesem Zeitpunkt, wo der HSV immer wackelt. Und wenn man mal auf die Spiele guckt, wenn sie ihre eigenen Spiele alle gewinnen sollten mit Baumgart, haben sie es in der eigenen Hand. Also dann werden die auch aufsteigen. Ich glaube, oder ich habe ja schon vor, ich glaube, wir haben vor zwei oder drei Wochen darüber mal geredet, wenn so ein Baumgart da Trainer werden würde, habe ich damals schon gesagt gehabt, ich glaube, wenn Baumgart kommt, steigen die auf. Und dabei bleibe ich auch, also bei der Aussage, ich glaube jetzt, die werden aufsteigen, weil ich es einfach ihm und seiner Mentalität absolut zutraue. Du hast auch direkt gesehen, das ist so, der ist dafür gemacht. Ich habe heute mir die Bilder angeschaut, wie der auf dem Trainingsplatz so rummarschiert ist, weißt du, direkt so und so. Das ist er, so ist er und so einen brauchst du jetzt auch. Du brauchst auch jetzt keinen in Watte einpacken und so. Auch geil, dass der auch ganz klar sagt, muss er auch, bei dem Kader sind wir uns eh alle einig, aber er geht da hin und sagt auch bei der PK, über das Ziel brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist doch klar, der Aufstieg, Punkt. Und ist so, weißt du, für was kommst du denn jetzt gerade dahin? So, ja. Ich glaube auch, dass er es schafft. Ich denke aber, dass es nicht unfassbar langfristig wird. Er hat ja selber sogar darüber gesprochen, im Best Case langfristig, das weiß man im Fußballgeschäft nicht. Ich sehe Baumgart halt weiterhin nicht so als Entwickler, sondern ich sehe ihn als einen, der wirklich eine Mannschaft kurz- und mittelfristig das Allerbeste aus denen rausholen kann. Und das hat er ja selber auch gesagt. Also sorry, aber der HSV hat einen Top-Kader. Klar, performen da viele jetzt auch nicht. Aber er legt den Kader neben die 17 anderen Kader der zweiten Liga. Da wirst du kaum einen finden, der solche Qualität im Kader hat und auch einzelne Positionen so ersetzen kann. Ich glaube, es wird auch gar nicht so eine krasse Umstellung werden. Er hat es ja selber immer betont, dass er auch Viererkette eventuell spielen wird. Ob es jetzt 4-3-3 oder 4-2-3-1 ist, ist ja erstmal egal. Aber da müssen sie sich auch nicht so extrem umgewöhnen. Und ja, also ich glaube, das wird dem HSV nochmal einen richtigen Push geben. Hundertprozentig. Und genau darum muss es ja jetzt auch gehen, um diesen kurzzeitigen Erfolg erstmal. Alles andere wird man ja sehen, weißt du. So, und Baumann hat halt diesen Ruf, dass sein Fußball nicht über Langzeit funktioniert, ja. Aber das kann er ja A, auch beweisen, dass das nicht so ist. Und B, wenn er jetzt erstmal den kurzen Erfolg holt und die Aufsteigerung hat, dann hat er mehr geschafft als die letzten 5 Jahre der HSV. Genau. So, und von daher, darum geht es jetzt. Dafür ist er der richtige Mann. Ich glaube, dass er damit auch vor allen Dingen wirklich was bewirken wird oder auch so eine Euphorie entfachen wird, die mich so ein bisschen vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise daran erinnert, wie Schalke damals aufgestiegen ist. Wenn man sich zurück erinnert, das war auch dieselbe Truppe. Da kam nix am Kader neu, da war gar nix. So, das war einfach. Du hast dich auf diese Mentalität berufen mit Bujo und Asamor, die dann eben das aus den Jungs rausgeholt haben. Gesagt haben, ey, hier wird jetzt gekämpft, Leidenschaft vorne rein. Am Ende war Ove Jan Flanke, Tegraude Kopfballtor, das Mittel sozusagen in Anführungszeichen. Aber das meiste ging über die Mentalität. Die Jungs haben verstanden, die wollten aufsteigen, die wollten kämpfen, die wollten dieses Ziel erreichen. Und genau dafür brauchst du jetzt jemanden auch beim HSV. Und ich glaube, dass Baumgart genau da für absolut der Richtige ist. Ob er dann in der ersten Liga mit dem HSV funktioniert, werden wir sehen. Ich glaube schon, zumindest über die erste Saison. Alles Weitere muss man halt gucken langfristig. Ja, und man muss ja auch, ich finde, ich bin ja selber so der Meinung, dass es sich dann vielleicht ab und dann abnutzt, hat man ja unter anderem dann bei Köln gesehen. Aber ich finde es auch ungerecht, dass manche jetzt so tun, als ob er irgendwie gar kein guter Trainer ist. Weil das ist auch völliger Quatsch. Er hat ja seine Erfolge nachzuweisen. Er ist ja auch mit dem SC Paderborn überraschend aufgestiegen. Das war jetzt kein Kader, wo jeder erwartet hat, dass er mit dem aufsteigt. Der hat mit Köln international gespielt. Ja, mit Köln. Und guckt euch diesen Kader an. Klar, da waren auch noch andere Spieler dabei, wie zum Beispiel Skiri und Co. Aber trotzdem hat man ja immer gesagt, eigentlich, wenn ich mir nur die Köln-Truppe angucke, müsste die jedes Jahr Abstiegskampf machen. Und das war ja gar nicht der Fall. Also von daher wird man ihm, finde ich, auch nicht gerecht, wenn man jetzt immer so tut, als ob der gar nichts drauf hat. Ich bin gespannt, wie er das so macht, weil ihm ja auch manchmal nachgesagt wird, dass er jetzt nicht so den vielen Sprachen mächtig ist. Das weiß ich nicht, ob das ein Problem beim HSV-Kader werden könnte. Aber dass er die Leute da anzünden kann. Und er hat ja trotzdem noch diese taktischen Leute jetzt mit dabei, wie zum Beispiel Merlin Polzin. Und ein völlig anderer Fußball ist es ja auch nicht, als Walter ihn gespielt hat. Er steht ja nicht für einen Mauerfußball oder so. Also es ist ja jetzt auch keine 180-Grad-Drehung. Für mich muss auch kein Trainer irgendwie zehn Sprachen sprechen können, wenn der, jetzt sage ich mal, in der Bundesliga gerade, oder in der zweiten Liga Trainer ist, so sich auf Deutsch verständigt wird. Und man dann vielleicht ein, zwei Spieler, das ist ja im Normalfall nicht die Mehrheit, ein, zwei, drei Spiele hat. Dann hast du dafür entweder einen Co-Trainer oder irgendjemand, der das dann, den weiterleiten kann. Bei Werder macht man es gerade nicht anders, mit Malatini. Der kommt aus Argentinien. So, da wird, ähm, Nelson Valdez wurde extra jetzt als Co-Trainer mit eingestellt, damit man eben die Anweisung direkt weitergeben kann. Und das funktioniert auch prima, ne? Und, genau wie du auch gerade gesagt hast, mit dem Kader, jetzt kommt ja noch eine Sache on top, die beim HSV definitiv nicht passieren wird. Bei Köln hat er jedes Jahr einen schlechteren Kader gehabt. Also er hat hier angefangen sozusagen und dann super gespielt, also die spielerische Leistung hier, dadurch Marktwerte erhöht und hat den Kader bekommen. Modest weg. Richtig, Marktwerte erhöht, weißt du, so gut gespielt, zack, den Kader bekommen. Und beim HSV, die schaffen es über Jahre gerade ihren krassen Kader sogar noch zu verstärken und zu halten. In der zweiten Liga, das wird in der ersten Liga nicht viel anders sein. Eher im Gegenteil, die können, wenn die wirklich... In der ersten Liga werden die richtig investieren. Also das wird kein normaler Aufsteiger sein, wenn die aufsteigen sollten. Ja, richtig. Und ich finde es auch geil, seine Herangehensweise. Du hast ja schon gesagt, ich mag sowas einfach, der sagt, ey, ganz ehrlich, wir haben eine Mannschaft, das ist mega eng in der Liga, wir haben eine der Top-Mannschaften und es ist möglich, jedes Spiel zu gewinnen. Ob wir das dann umsetzen können, ist was anderes. Aber es ist erstmal von der Ausgangslage uns möglich, jedes Spiel zu gewinnen. Und das mag ich sowas zu sagen und nicht, wir müssen jetzt erstmal gucken und so viel Veränderung. Ich hasse sowas einfach. Deswegen mag ich, wie er da rangeht. Was natürlich, letzter Punkt, dann gehen wir wieder zum Spiel, ganz krass werden wird, wenn Köln gegen HSV wirklich in der Relegation ist. Also das ist natürlich jetzt eine Konstellation, die wir für Baumgart persönlich auch hat. Aber wie krass wäre das, wenn Baumgart dann dafür sorgt, dass Köln runter muss. Ist jetzt, viel hätte, wäre, wenn und aber, aber ist nicht ausgeschlossen. Also derzeit wäre es ja so. Und du musst den Bogen ja noch einen Tick weiterspannen. Schulz bei Pauli, also jetzt der aktuelle Köln-Trainer mit Pauli-Vergangenheit. Also da kommt wirklich irgendwie alles dann zusammen. Ex-Pauli-Spieler und Trainer mit dem 1. FC Köln, dem Ex-Verein von Steffen Baumgart, gegen den HSV. Also viel krasser gibt es da eigentlich, oder geht da eigentlich nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr dazu sagt. Und dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal dabei, wenn wir auch live sind, denn das sind wir gerade. Und jetzt machen wir auch weiter mit dem Livestream sozusagen. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tchau. Tschüss. cz